Ja, ja, Klonor. Ach ja, da war ja was. Dieses Projekt gibt's ja auch noch. Mit eins der Projekte, die ich immer noch nicht abgeschlossen habe. Ja, Klonor. Ich hab mir gedacht, ich versuch heute nochmal mein Glück mit dem Boss. Und es ist ja, soweit ich zumindest denke, müsste es der letzte Boss ja sein. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Leider hab ich ihn bis jetzt noch nicht besiegt. Und ja, ich hab mir gedacht, ich werf das Spiel mal wieder an und versuch nochmal mein Glück. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich es schaffe. Aber dieses Let's Play muss ja irgendwann auch mal geschafft werden. Und na gut, dann versuch ich das jetzt einfach mal. Und ich hab wahrscheinlich wieder total vergessen, wie man den Typen angreift. Ja, gut. Äh. Hi. Was passiert hier? Oh. Damit kann ich nichts anfangen. Äh. Und der ist gut. Aua. Nein, ich hab ihn nicht getroffen. Das lief ja total super. Ich bin begeistert. Ich hab mir erst angefangen und schon wieder sowas. Der ist natürlich nicht gelb. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ach man, du und deine blöden Kugeln hier. Äh. Verdammt, ich bin voll in den reingelaufen. Kann ich nicht einfach den gegen ihn werfen? Das bringt ja nichts. Äh. Ja, super. Komm her. Wow, ich hab's geschafft. Äh. Verdammt. Äh. Und natürlich hab ich irgendwie mal wieder nur ein Herz. Das ist nichts. Ah, ein Herzcontainer. Ich will ihn. Oh Gott. Oh Leute. Drückt mir die Daumen, dass ich es diesmal schaffe. Ich hoffe doch, dass ich es diesmal schaffe. Da. Da. Verdammt. Er hat sein Gesicht geändert. Ah, okay. Er tut es wieder. Verdammt. Ha. Ah, verdammt. Nein. Ich hab ihn nicht getroffen. Ah. Ich hätte die Chance gehabt. Aber gut. Sollte nicht sein. Ah. Voll daneben. Aber es war eh nicht der Richter. Ah. Verdammt. Nein. Das war ja ganz toll. Aber ich gebe natürlich nicht auf. Die Genugtum gebe ich ihm nicht, dass ich einfach aufgebe. Hallo. Ah. Den brauche ich nicht. Weg damit. Den brauche ich auch nicht. Oh, der ist gut. Ah. Ah. Getroffen. Äh. Ja gut. Äh. Ja gut. Äh. Äh. Natürlich habe ich ihn jetzt nicht getroffen. Wäre auch zu schön gewesen. Ah! Ah, verdammt. Hä? War hier nicht vorhin noch ein blauer? Ah, shit! Nein! Ja, jetzt kann ich den auch nicht gebrauchen. Ah! Ah, daneben! Ah! Ich kille mich selbst, indem ich einfach in den Gegner reinrenne. Juhu! Besser mehr gesprungen als gerannt, aber gut. Gut! Mann, das kann doch nicht sein! Ah! Gott! Mann! Der kam ja mal vor... Oh! Hallo! Kann schon gar nicht mehr ausweichen. Meine Güte! Ah, nein! Shit! Shit! Ich habe einen. Ich hasse diesen Endboss. Naja, aber was will man natürlich vom letzten Gegner erwarten? Mir wäre es echt lieber gewesen, wenn der letzte Gegner dieser Boss davor gewesen wäre, aber nö, natürlich habe ich ja nicht so ein Glück. So funktioniert das doch nie. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Shit! Ja, komm! Renn doch in den Reihen! Du Affe! Du Affe! Oh Gott! Wie wär's mit nem Herz? Ein Herz für mich! Please! Give me! I need it! Oh Gott! Gerettet! Ich muss es schaffen! Du kommst doch auch nicht ich hab nicht vorbei, ey! Boah, ich hau dich sowas von zu brei, ey! Ja, komm! Wie kann mich das denn... Egal! Ja, toll! Was? Jetzt! Wo ich die nicht brauche, krieg ich die gelben! Warum? Du willst mich flaxen! Oder? Du willst mich flaxen! Oh, verdammt! Na, also! Es geht doch! Nimm das! Haha! Boah! Du musst halt aufpassen! Knappe Sache! Oh, oh! Oh, oh! Ah, verdammt! Ich wurde getroffen! Und natürlich bekomme ich kein Herz! Ah, verdammt! Hä? Ah, haha! Ah, haha! Verdammt! Ah! Ganz ruhig, Saku! Du schaffst das schon noch! Wenn ich wenigstens so... ein, zwei Herzen mehr hätte... Das wär voll super! Aber gut! Nein, das soll ja nicht sein! Dieses verdammte Spiel ist trollt mich einfach gerne! Kann man nichts machen! Ach, du schon wieder! Oh, wow! Ein Rohr! Ein roter! Oh, ich treffe nicht mal! Kann ich mich auch gleich... Äh... Kann ich auch gleich kapieren! Oh, ich hab ein Herz eingesammelt! Supi! Ah, verdammt! Du nervst! Aber gewaltig! Mann! Reg dich nicht auf, Saku! Alles wird gut! Es bringt ja nichts, sich aufzuregen! Aber ich reg' mich gerne auf! Glaubt mir, Leute! Euch würde das genauso aufregen, wie es mich gerade aufregt! Ich geh' sterben! Ha! Komm, Gelb! Oh, ein Gelber! Yeah! Ha! Getroffen! Wow! Nein! Nein! Ah! Du kommst mir gerade recht, liebes Herz! Thank you! Ah! 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 Ach, Mann. Ich bin ganz ruhig. Ich bin voll entspannt. Ja, natürlich. Natürlich muss ich jetzt wieder betroffen werden. Aha. Ah. Ha. Troffen. Wow, was geht jetzt ab? Oh. 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 What the? What the? Was der Hölle? Oh Gott, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Wow, ist das mal auch schon so? Hilfe, Mami. Wow, es hat mich zum Glück nicht getroffen. Boah, du Elender, ey. Ich krieg dich schon noch. Hä? Ich weiß, was ich hier schaffen kann. Haha. Ah, shit. Ah, ich weiß. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, Taa. Ha 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 Ich war so nah dran. Warum mache ich das hier überhaupt? Weil ich nichts Besseres zu tun habe, als mich selbst zu quälen. Äh, ja gut. Ein Herz? Ein Herz vielleicht? Gib mir ein Herz! Ich brauche eins! Boah, das überlebe ich doch never. Ah, danke! Ah, verdammt! Gerade wieder verloren! Ah! Ich gebe nicht auf! Ich gebe nicht auf! Oh, yeah! Ich mache das so lange, bis ich den besiegt habe, ey. Ernsthaft! Auch wenn es mich übel aggro macht. Ah, witzig! Ja! Komm! Erstmal nochmal nachtrücklich treffen! Penner! Kleiner! Ah! Nein! Nein! Ah! Warum? Ich krieg schon leichtes Augenzucken hier. Aua! Aber nur leichtes. Also nicht mal besonders schlimm. Jetzt hör auf dich zu drehen, Mann! Wie ich das hasse. Wie ich das hasse! Nein! Ha! Nein! Bis jetzt habe ich eigentlich jeden Gegner geschoppt. Egal, wie kacke er war. Oh no! No! Jetzt kommen wir in die Dinger angeschossen. Nein! Ich will leben! Bitte lass mich leben! Ich will nicht! Oh bitte, lass mich das schaffen! Oh bitte! 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 Ah verdammt! Ah! Ah! Komm schon! Hab ich es geschafft? Oh bitte, sag mir, dass ich es geschafft habe! Nein! Was? Was zur Hölle? Oh mein Gott, er hat es geschafft! Waaah! Well done, Kronoro! Hang in there! Your Highness! I am so sorry! It was all my fault! But you will be manipulated! No! I felt sorry for myself because I wasn't allowed to dream! She married took a... Was evitant? Ich hab keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht! Aha, mein Englisch wieder! ...of my weakness! And I am not a worthy Imperator! Er dankt mir! Ach, sehr schön! Gibt ihm mit aller Kraft seine Hand! Oder auch nicht! Your Highness! Your Highness! Ness, wake up! Your Highness! Eure Majestät! Huh? I was... Ach, nee! I was! Ja, klar! It was a dream? Why can't we have dreams? Give us the freedom to dream! Gib uns die Freiheit zum Träumen! Dear citizens... Fröhliche Manikikens! I had a dream! And in it I met a boy! He traveled through my twisted dreams and helped free me from my nightmares! I realize now that I was wrong! Happiness is no in dreaming, but in screaming to make that dream come true! I now have a dream of my own, but I need your help to achieve it! I want you all to have a dream and to work hard to entrain it! I will help you entrain your dreams and protect them as well! This is my dream and that of the Empire of Dreams! Dreams! Woo! Ellen, dreams for all! Dreams for all! Dreams for all! Dreams for all! Thank you, Clonor! Eine schöne Rede, die er da gehalten hat! Wait! Oh mein Gott! Ich habe es tatsächlich geschafft, dieses Spiel durchzuspielen! Oh mein Gott! Leute, ich bin echt so froh, dass ich es geschafft habe! Beruhigt kann ich wieder ein Let's Play Projekt von meiner Liste streichen! Damit wären es nur noch zwei Let's Plays, die ich weiter fortführen muss, also die Let's Plays, die halt schon länger laufen, die ich mal wieder weitermachen müsse. Das wären halt einmal Clonor und Clonor. Warum sage ich Clonor? Das habe ich doch jetzt gerade beendet. Nein, das wären einmal Gonzan und Kinemar. Ja, ich muss schauen. Also, wie gesagt, die sind auf jeden Fall nicht aus der Welt, diese Spiele. Die werden irgendwann mal weitergeführt, aber Wann, das kann ich euch nicht genau sagen. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt wenigstens geschafft habe, Clonor durchzuspielen. Es hat ja nicht lange gedauert. Der letzte Part ist ja auch schon wieder irgendwie mindestens drei, vier Monate her oder so. Aber ich habe es geschafft. Ich hoffe, ihr habt mir kräftig die Daumen gedrückt. Und ja, was gibt es noch großartig zu sagen? Ein weiteres Let's Play Projekt geht zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. auch wenn ich viel ja, Aggressionen in diesem Spiel abgebaut habe. Was mir leid tut. Aber gut. Sowas gehört zu einem Spiel auch dazu. Special thanks to Kobayashi, bla 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 und so weiter. So viele japanische Namen. Gut, ja. Lange Abspann ist lang. Lange Abspann ist lang. Ja. Oh, da ist nochmal der König. War es das jetzt? Anscheinend nicht. Und Klonor. This is for everyone strives for their dreams. Numco. Ja, damit geht dieses Spiel zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir enden. Und wir sehen uns zum nächsten Projekt wieder. Also, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.